Was ist los mit dir? Habe ich dir nichts beigebracht? Dad... Mein Sohn sitzt hier und versteckt sich. Vor Kevin! Ja! Mein Haus! Oh, tut mir leid. Ey, ich will nicht, dass ich Kevin von Judy über mich lustig mache. Über mich lustig mache. Manchmal brauchst du nicht diese Muskeln, sondern diesen Muskel. Du musst klüger sein als Kevin. Finde einen anderen Weg. Dad, der andere Weg ist durch die Mauer versperrt. Die Mauer ist gar nichts. Die wurde nur gebaut, damit du von deiner Liebe getrennt bist. Ich wusste es! Mach meinen Mittagslauf! Ich wusste es! Meine Zeit ist gekommen! Deine Zeit ist gekommen! Meine Zeit ist gekommen! Meine Zeit ist gekommen! Deine Zeit ist gekommen! Tut mir leid, Dad. Schon gut. Bist du bereit? Danke, Dad. Bevor du gehst... Da war Schmutz. Wenn ich über die Mauer bin, kann ich durch die Hintertür gehen und Judy fragen, ob sie rüberkommt. Ich war noch nie an Julies Hintertür, aber ich wette, sie ist schön.